Du hörst den Potenzialforscher-Podcast, Episode Nr. 70. In dieser Folge stelle ich dir drei Gründe vor, woran es liegt, dass wir uns oft schwer tun, unser Inneres zu erforschen und unser Potenzial zu erkennen. Willkommen beim Potenzialforscher-Podcast. Für mehr Freude, Erfüllung und Sinn im Leben. Ich bin dein Potenzialforscher-Coach, Christina Schacka. Hallo, liebe Potenzialforscherin. Hallo, lieber Potenzialforscher. Wie oft hast du schon versucht, dein Potenzial zu entdecken, es dingfest zu machen, deine Berufung zu finden oder einfach deinem wahren Kern, deinem wahrhaftigen Wesen zu begegnen? Ich rate jetzt mal, dass du schon einige Anläufe gemacht hast, wie die meisten von uns. Auf den ersten Seiten meines Buches, die Magie deines Potenzials, erzähle ich unter anderem davon, was ich alles ausprobiert habe, um mein Potenzial zu finden. Da war Spannendes und auch sehr Skurriles dabei. Aber egal, was ich ausprobiert habe, um mir selbst näher zu kommen, am Ende stand da immer das Ergebnis, ich solle auf mein Inneres hören. Wie jetzt auf mein Inneres? Mein Inneres, so empfand ich es damals, sagte mir nämlich gar nichts. Ich weiss, dass es ganz vielen Menschen so geht. Wir nehmen uns extra Zeit, setzen uns hin und stellen uns Fragen. Und das Ergebnis? Keine Antwort darauf, was unser Potenzial ist, keine Antwort darauf, wo der Weg sein könnte, keine Antwort, welchen Schritt wir gehen sollen oder wo unsere Berufung liegen könnte. Vielleicht besuchen wir sogar Kurse, Astrologinnen oder Berufsberaterinnen und doch bleibt da diese Lücke, welche die fehlende Antwort hinterlässt. Warum ist das so? Woran liegt es, dass wir uns so schwer tun, unser Inneres zu erforschen? Warum ist es nicht einfacher, Antworten aus unserem Inneren zu erhalten? Heute möchte ich dir drei Gründe dafür vorstellen. Ein erster Grund, warum wir von unserem Inneren oft keine Antwort erhalten oder es zumindest denken, sind die falschen Fragen. Ich habe das in anderen Podcast-Folgen schon angesprochen. Wir stellen uns gerne Fragen wie Was ist meine Berufung? Was ist meine Vision? Was ist mein Potenzial? Diese Fragen sind an sich gute Fragen, aber wenn wir sie zu Beginn unserer Erforschungsreise an unser Inneres stellen, sind sie nicht die richtigen. Wenn wir unser Inneres erforschen wollen, dann müssen wir zuerst die Sprache der Innenwelt lernen, ihre Art zu kommunizieren, kennenlernen. Denn Potenzial, Visionen, Leidenschaften, das alles entsteht nicht in unserem Kopf. Wir können uns unser Potenzial nicht erdenken. All das erwächst in unserem Herzen und in unserem Bauch. Dort ist die Leidenschaft, dort sind unsere Bedürfnisse, unsere unbewussten Motivationen und unsere verborgenen Schätze zu Hause. Wenn wir also mit unserem Denken, unserem Kopf versuchen zu ergründen, was eigentlich nur unser Herz oder unser Bauch weiss, dann funktioniert das nicht. Der Weg zum Inneren geht über unser Herz mit seinen Emotionen und über unseren Bauch mit seinen Instinkten. Und die sprechen einerseits auf ganz andere Fragen an und andererseits kommunizieren sie nicht über Gedanken zu uns. Sie geben uns ganz andere Signale als unser Kopf. Der zweite Grund, warum es uns oft schwerfällt, unserem Inneren zu begegnen, ist unser Fokus auf die Aussenwelt. Wir sind ständig mit allem beschäftigt, was die Aussenwelt uns präsentiert. Die neuesten Nachrichten, Posts auf den sozialen Medien, das Gespräch der Mitreisenden im Tram oder Zug, die Geräusche-Kulisse im Einkaufszentrum und so weiter. All diese Reize lenken unsere Aufmerksamkeit weg von innen nach aussen. Doch damit nicht genug. Viele von uns wurden so erzogen, dass die Bedürfnisse der anderen wichtiger sind als unsere eigenen, dass unser Innenleben nicht so wichtig ist. Dass stattdessen andere Dinge im Aussen, andere Menschen viel mehr Priorität haben als unsere Impulse, unsere Wünsche, unsere Ideen. Ich glaube, es ist keine Übertreibung, wenn ich sage, dass wir in unserer Kultur Weltmeister sind, für andere zu erkennen, was gut wäre, aber bloß nicht für uns. Und dass wir gerne in die Falle des äusserlichen Erfolges tappen, wo es mehr um Status, um Geld und um Macht geht, als um Potenzial. Wir neigen dazu, Äusserlichkeiten mehr Gewicht zu geben, als unserem Innenleben. Und damit sind wir beim dritten Grund, warum wir oft nicht so leicht in Kontakt mit unserem Inneren kommen. Das ist diese Urwunde, nicht sich selbst sein zu dürfen, ohne nicht die Liebe von anderen wichtigen Menschen zu verlieren. So viele von uns haben die Erfahrung gemacht, wenn ich so bin, wie ich bin, dann werde ich nicht geliebt. Oder ich muss mein wahres Wesen verstecken, sonst bin ich in Gefahr. Oder so wie ich bin, genüge ich nicht. Also packen wir unser wahres Wesen weg, legen einen Schutzmantel darum und sperren es weit, weit weg, um es zu schützen. Und mit nur ein, zwei Fragen sollen wir es wirklich schaffen, diese Schutzmauer zu durchbrechen? Was wir Jahre weggesperrt haben als elementarer Schutz, löst sich nicht durch eine Frage mit vier Worten einfach so in Luft auf. Das braucht Zeit, viel Mitgefühl mit sich selbst, vielleicht eine liebevolle Begleitung und Geduld. Was können wir also tun, um das Erforschen unserer Innenwelt zu beginnen, es leichter und auch aufregender zu gestalten? Wir können die Sprache unseres Herzens und unseres Bauches erlernen, im Alltag beobachten, wie die beiden Körperebenen mit uns kommunizieren. So kommen wir automatisch weg von zu viel Kopf hin zu mehr Bauch und Herz. Eine kleine Randnotiz. Der Kopf ist natürlich genauso wichtig wie Herz oder Bauch. In unserer Kultur sind wir derzeit aber zu sehr auf den Kopf ausgerichtet. Im Weiteren können wir unseren Fokus vermehrt von der Außenwelt in unsere Innenwelt lenken. Das ist gar nicht immer so einfach und erfordert viel Achtsamkeit, viel Übung, viel Wiederholung. Und natürlich einen Raum, wo es ruhiger und stiller sein darf. Nicht zuletzt brauchen wir Erfahrungen, die unsere Urwunde heilen. Erfahrungen, die uns erlauben, die Schutzmauer langsam abzubauen. Das sind Erfahrungen mit wohlwollenden, liebevollen Menschen in unserem Umfeld, denen wir Stück für Stück Anteile unseres wahren Wesens zeigen können. Nochmals kurz zusammengefasst. Sehr hilfreich ist es, die Sprache von Herz und Bauch zu erlernen, zu verstehen, den Fokus von der Außen in die Innenwelt zu richten, unsere alten Wunden zu heilen. All das muss nicht gleichzeitig geschehen. Egal wo wir beginnen, wir öffnen den Raum für unser Potenzial, für neue Erfahrungen, für neue Möglichkeiten und neue Wege. Und darum geht es. Von Herzen alles Liebe und viel Freude beim Erforschen. Deine Christina Und denk daran, wenn wir unser Potenzial in die Welt tragen, dann ist es Magie. Etwas in uns leuchtet besonders hell. Tot Phillips Deine Christina